Ich bin Anita Farke und spreche die ExodaBlockNews. Wie es mit der deutschen Ukraine-Hilfe weitergeht Die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine steht auch weiterhin im Fokus der politischen Diskussionen und Planungen. Angesichts des anhaltenden Konflikts mit Russland und den daraus resultierenden Herausforderungen ist es für die deutsche Regierung von zentraler Bedeutung, die Effizienz und Reichweite ihrer Hilfsmaßnahmen zu überprüfen und anzupassen. In jüngsten Gesprächen kam zum Ausdruck, dass eine langfristige Strategie zur Unterstützung der Ukraine notwendig sei, um sowohl humanitäre als auch militärische Bedürfnisse zu adressieren. In den letzten Monaten hat die Bundesregierung zahlreiche Initiativen vorgestellt, die darauf abzielen, der Ukraine in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Vertreter der Bundesregierung machten deutlich, dass die militärische Unterstützung weiterhin eine Schlüsselrolle spielt. Deutschland hat nicht nur Rüstungsgüter geliefert, sondern auch strategische Beratung und Ausbildung für ukrainische Soldaten bereitgestellt. Dabei ist das Ziel, die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine nachhaltig zu stärken. Neben der militärischen Unterstützung ist die humanitäre Hilfe von entscheidender Bedeutung. Es wird angestrebt, die humanitäre Krise, die durch den Krieg verursacht wurde, zu lindern. Die Bundesregierung plant, ihre Mittel für humanitäre Projekte im Jahr 2024 erheblich zu erhöhen. Quellen berichten, dass Experten darüber debattieren, wie diese Mittel am effektivsten eingesetzt werden können, um den Bedürfnissen der Zivilbevölkerung gerecht zu werden. Dies könnte unter anderem den Ausbau von medizinischer Versorgung und die Bereitstellung von Nahrungsmitteln umfassen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Kooperationen mit internationalen Organisationen wie dem UNHCR oder dem Roten Kreuz von großer Bedeutung sind. Deutschland beabsichtigt, seine Zusammenarbeit mit diesen Organisationen zu intensivieren, um das Netzwerk der Hilfe zu erweitern und die Effizienz zu steigern. In diesem Kontext wurde auch darüber gesprochen, dass eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union notwendig sei, um gebündelte Ressourcen und Expertise einzusetzen. Ein weiterer Aspekt, der angesprochen wurde, ist die langfristige Perspektive der Unterstützung. Die Gesprächsteilnehmer betonten, dass die Ukraine nicht nur in der aktuellen Krise unterstützt werden müsse, sondern auch langfristig in ihrer Entwicklung gefördert werden sollte. Hierbei werden auch wirtschaftliche Hilfsprogramme und die Unterstützung beim Aufbau von Infrastruktur und Institutionen als entscheidend erachtet. Die Frage der EU-Mitgliedschaft der Ukraine spielt dabei ebenfalls eine Rolle, da die Integration in europäische Strukturen als ein langfristiges Ziel angesehen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Ukraine Hilfe auf einem soliden Fundament steht, aber weiterhin dynamisch angepasst werden muss. Die aktuelle Lage erfordert schnelle Reaktionen und flexible Ansätze, um der Ukraine die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Es wird mit Spannung erwartet, wie sich die Politik und die Hilfsmaßnahmen in den kommenden Monaten entwickeln werden. Die Diskussion über eine umfassende und nachhaltige Unterstützung könnte somit einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass die Ukraine in ihrer Krise nicht nur überlebt, sondern auch die Chance auf eine positive Entwicklung erhält. Autor Anita Farke, Montag, 19. August 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.